So, in weiser Voraussicht drücke ich jetzt einfach nochmal F6, wenn es sich nochmal passiert, und gehe gleich mal auf den Raketenwerfer, damit ich das Viech da gleich weg schießen können. 61, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, Spawner, nochmal so ein Viech, wenn ich jetzt den hier nehme. Oh mein Gott, was geheimen Soundangriff gefunden. Okay, was soll ein Soundangriff sein? Hm, keine Ahnung. Aber beim Aufprall auf die Wand, das ist auch gut. Haben wir ja vorhin auch gesehen, funktioniert ganz gut, als ich das erste Mal gestorben bin. Da hat man das, glaube ich, auf den Boden geworfen, oder an die Decke, oder an die Wand war es, glaube ich, und das Ding ist nicht explodiert. Okay, tippe den Auslöser an, um langsam zu schießen, das haben wir auch schon gehabt, und je länger wir draufdrücken, desto größer ist dann die Entfernung, die ihr schafft. Und größere Explosionen sind effektiv gegen große Gegnergruppen. Wird allerdings schwierig, wenn es bei diesen komischen, was die Viecher hier angeht, das Kler-Skelett, die nämlich ein bisschen schnell sind. Aber naja, müssen wir auch ausprobieren. Ohne Dinger können wir um die Ecke fliegen lassen. Okay. Gehen wir links oder rechts? Ich gehe einfach mal links, nehmen zur Vorsicht wieder die Waffe. Oh! Kommt der um die Ecke gehüpft? Das ist ein Sackgasse gewesen, ein Geheimnis. Ach, komm. Okay, was, dass da was steht? Ich glaube, das war's. Was für ein Trampolin habe ich denn da gerade gefunden? Trampolin, wo gibt's hier ein Trampolin? Ha, vielleicht ist das irgendwo anders freigeschaltet worden. Ach so, aufgetaucht in dem Fall. Aber hier gibt's nix. Hey! Nicht so stürmisch! Eil! Hm, da oben ist was. Das wird ein bisschen sparsamer umgehen. Wir haben nur noch 123, aber wie komme ich jetzt da rauf, ist die Frage. Geheimes Trampolin. Kann man das sagen, wenn ich da raufkomme? Trampolin, da gibt's kein Trampolin. Aber da ist auch ein Weg. Darum ist auch ein Weg. Vielleicht gibt's das einfach, wenn ich hier weitergehe, mit 38 Leben. Das ist nicht gerade toll. Probieren wir's doch einfach mal aus. Lassen wir die Dinger um die Ecke fliegen. Leute, wir haben nur noch 8 Leben. Das ist ziemlich beknackt. Ich will jetzt nicht speichern, weil sonst wir für die ganze Zeit diesen 8 Leben weitererahntieren, wenn wir jetzt hier verrecken. Hier gibt's kein Leben. Das ist schande, 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 schande. Ich glaube, ich mache jetzt jedes Mal so was. Scheint nichts zu sein. Das wird so was von blöd, wenn die Waffe hier den Geist aufgibt. Und hier kommt bestimmt irgendwas. Da bin ich überzeugt davon, dass hier was kommt. Ein Herz! Es kommt ein Herz. Und ein Schild. Und solche Viecher. Und ein Herz. Das ist ja perfekt. Ich hoffe, da kommt jetzt... Vielleicht noch mal was. Ich schaue aber noch mal, ob ich da vielleicht wirklich nichts übersehen habe. Aber jetzt kommen wir F6 drücken. Wegen geheimen Trampolin. Da hat er ja vorhin was gesagt, dass wir in diesen anderen Gang reingegangen sind, dahinter. Und da oben ist eine Waffe, soweit ich das sehen kann. Aber wie komme ich denn da rauf? Keine Ahnung. Gehen wir nochmal da unten rein. Aber da ist auch nichts. Und da hat er uns auch nichts gesagt. Statistik, Waffe, Strategie, Hinweise. Gar nichts. Überhaupt nichts hat er uns da gesagt. Naja, dann werden wir wohl unwissend bleiben. Oder spätestens im nächsten Raum. Ah! Okay, 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 okay. Was ist denn das für eine Waffe? Die sieht sehr interessant aus. Eine XM214A Minigun. Eine Weiterentwicklung des Gatling. Gatling? Gatling? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Über das Vulkan. Und das M134 Vulkan. Erinnert mich gerade an dem Planet Vulkan. Naja, die XM214A ist die letzte Generation der Infanteriebewaffnung. Der Energieselbstversorger mit eingebauten Magazinen und Rückstoßadapter ist die mächtigste tragbare Waffe, die es gibt. Schön. Für die Konfrontation mit zählen Gegnern auf kurze bis große Entfernung oder für die Massenvernichtungsanzahlen an Gegnern ist das Ding ganz gut geeignet. Und ein Nachteil, den man halt hier schon sieht, ist, dass sie recht viel Munition verbraucht. Ich muss sagen, die Waffe habe ich noch nie gespielt. Beziehungsweise gefunden. Und von dem her... Sehr schön. Haben wir es doch noch gelüftet. Zeigt auch mal wieder, sind wir jetzt hier richtig glaubschon, dass wir alle Ecken in dem Spiel wirklich ganz genau anschauen sollten. Bevor wir weitergehen. Ich glaube, wir können die ganzen Missionen und Dinger dann nochmal spielen, aber... Wäre doch schön, wir müssen es gleich finden. So, um was geht es jetzt hier? Ich nehme jetzt einfach mal wieder meine andere Waffe. Aus Prinzip. Das... Serious Pack. Oh nein. Das funktioniert ja gar nicht schlecht. Aber... Bald ist meine Munition... ...zu Ende. Das ist das, was mir gerade ein bisschen Sorgen macht. Und ich... Genau, jetzt... Nehme einfach mal den hier. Cool. Einfach nur cool. Ich glaube, ich sollte den direkt mal nehmen. Vielleicht bringt das ja was. Let's get serious. Let's get serious. Dam, 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 dam. Oh nein, nanan, 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 das war eine schlechte Idee. Boah, schaut euch das mal an. Na ja, gut. Das ist, glaube ich, relativ klar, was wir jetzt hier machen müssen. Hat der andere... Wird wahrscheinlich gar nicht anders übrig bleiben. Obwohl der ist zu schnell dann wahrscheinlich. Dafür ist es zu schnell unsere Munition. Was nehmen wir denn da als Alternativwache? Raketen kann man schlecht nehmen. Aber es bleibt dann im Prinzip nur noch die Pistole hier. Ich drück dann auf. Was drück ich denn? Was ist das für eine Zahl? Ach so, das ist dann... Okay, dreimal die... Okay, jetzt habe ich es herausgefunden. Das Messer ist die 1, 2 sind die 2 Pistole. Wenn du nochmal auf die 2 drückst, dann kommt hier die andere Waffe. Okay, jetzt checke ich das so langsam. Dann gehe ich einfach mal hier auf die... auf die 3, dann auf die 2. Okay. Schauen wir mal, wie es jetzt wird. Oh Mann. Ich glaube, ich sollte die vielleicht ein bisschen... mit der mir herhüpfen lassen. Dann kann ich sie wieder besser abschießen. Das ist ja sehr toll. Wir kriegen hier nochmal extra Munition. Wir spielen hier übrigens auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Mal. Mal. Ja, da geht man auch noch! Wow, war es das jetzt? Gleich mal F6 drücken. Ja, gut. Also wenn das... Ich will ja nicht wissen, wie es dann bei den anderen Schwierigkeitsgraden aussieht. Ob man da mehr Position hat oder ob man da... ...klar, anderes Balancing gibt es da schon, was Sigtna angeht. Aber ob man da von den Grundbedingungen her ganz anders aufgebaut ist. Aber naja, wenn ich jetzt hier schon halbe Schwierigkeiten habe, dann... ...die Jungs, die das schaffen, das ist dann schon. Oder die Frauen, ich möchte jetzt hier keine... ...sagt man da, ist das eine Diskriminierung? Man muss ja heutzutage aufpassen, was man sagt. Das ist recht leicht in den... Oh oh. Recht leicht in den falschen Hals bekommen werden kann. Ja, genau. Schießt du nur unter deine Raketen. Ja, genau. Schießt du nur unter deine Raketen. Nö. Wieso kann mir das einer sagen? Wieso? So. Der Nitz ist wieder unser ganz... ...unser ganzes Leben gekostet, fast. Unser ganzes Leben. Ah, komm. Was haben wir denn da? Den hatten wir auch schon mal. Ich sehe unser Wasserelement. Drei Wellen. Wahrscheinlich das ägyptische Symbol für Wasser, ich habe keine Ahnung. Ja. Sehr schön. Wir haben das Level-Oase abgeschlossen. Da wird es gespeichert. Äh, vier von sechs Geheimnissen haben wir gefunden. Wie gesagt, was dieser geheime Angriffssound sein soll... ...pfff, keine Ahnung. Äh, aber... ...soll mir jetzt dann auch egal sein. 40 Minuten haben wir dafür gebraucht. Oder ist das hier der oben? Naja. Werden wir dann schon sehen. Auf jeden Fall haben wir fast alle ausgeschaltet. Ich frage mich dann immer nur, wo die hier sind. Wahrscheinlich eben in den geheimen Gängen oder in den Geheimnissen. Oder je nachdem, wie die da getriggert werden. Naja. Gut. Dann, äh, würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Äh, mache ich allerdings erst nächstes Mal. Genau. Ich mache es jetzt nächstes Mal. Und wünsche euch dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Und Servus.